so meine lieben freunde es geht weiter ein neuer livestream eine neue woche wenn man es mal so sagen darf ich habe nämlich vor exakt einer woche das letzte mal gestreamt wir machen entsprechend heute nach einer woche mal wieder weiter und ich bin gespannt was wir heute mal das rennen event ist zu ende von letztem wochenende letzte woche was ist noch wird die zack vom wochenende platz 7 2077 habe ich erreicht mit acht und halb minuten 25 15 pokale einen hubschrauber piloten vielen dank und auch 65 mensch geld ohne ende super nice ja durch an alle die schon da sind das tue man spot selbstverständlich auch schon ganz fleißig ja was machen wir denn heute liebe freunde oster event ist ja leider vorbei und jetzt mal gab es noch das oster event das war noch ganz schön gewesen mittlerweile ist jetzt leider nicht mehr da deswegen habe ich auch nicht mehr so viel so viel bock zu spielen wie ich keine insta-affen fahren kann ich kann euch mal zeigen ich habe wahnsinnig viele koop-medaillen ohne euch gespielt das hat den grund dass wir langweilige missionen nicht mehr in den videos machen werden weil es einfach nur sehr sehr aufbläht das heißt wir werden auf den anfängern habe ich kaum was noch zusammen haben klar so halbes geld unplatzbar wenn wir zusammen machen was nicht mal ganz interessant ihr seht aber meine meisten habe ich schon die ersten zwei medaillen komplett abgefarmt das relativ einfache maps das war stupides wiederholen das habe ich im oster event gemacht und die city die meisten habe ich wirklich tatsächlich schon weggefarmt mondlandung haben das letzte mal gemacht mit dem euch mondlandung macht magic nur zauberhaft mit irgendjemandem dass wir gar nicht mehr als zu dermaßen krasse auseinander vorbereitet habe ich das sich gelassen für euch wir haben es ich habe es probiert luft ablassen zweimal glaube ich wir haben es hatte ich beides mal verkackt es ist unglaublich wie unglaublich wer diese map ist verlor habe ich dann probiert stimmt das wollte ich mit euch machen und hat die experten maps fast nichts ohne euch je nachdem über zustand ist sagt doch mal an worauf habt ihr bock anfänger zwischen steht vor ort geschehen experten map erstmal kategorie sagen und dann werden wir weiter eingrenzen weißt du wann der nächste stream kommt jetzt lukas hier an dieser stelle hier an dieser stelle kommt das stream auch so zeichnen erne mann okay experte war zuerst hat auch zwei anfänger an anhänger gefunden gut wir werden teuflisch machen wir werden teuflisch alternative blumen machen dass wir immer noch mit den u-booten spielen können die frage ist jetzt wir haben tarm bloons gleich am anfang ob es sinnvoll ist eigentlich nicht ich habe trotzdem boxing mitzunehmen gut na das wird interessant werden ich werde euch gleichzeitig den code in den chat und im stream posten ihr dürft selbstverständlich daran teilnehmen jeder die woche ist frisch die ist jung neu jeder kann joinen ich habe den corona zugenommen nicht nur du hey hanf na plasmadoktor halt für schon body gamer wir haben eine sehr sehr variable oder eine variation von helden hat sich auch selten gehabt also ich versuche edis mich doch ein bisschen trotzdem mehr zu bewegen es funktioniert aber einfach nicht also ich halte die magische grenze die ich nicht überschreiten möchte ich möchte die kilogramm zahlen mal lieber nicht nennen was hat ein plasma der twin sie aber ich würde es lieber bei die gamer geben nicht benjamin und ich versuche wirklich wirklich mit großer anstrengung diese magische grenze nicht zu überschreiten das ist aber wirklich wirklich schwer muss man sagen aber ich habe tatsächlich wieder hinbekommen ich habe ja mal intervall fast gemacht damals im august letzten jahres hatte ich angefangen für ein paar monate habt es halt ausprobiert weil ich es ganz interessant fand tatsächlich war das irgendwie logisch ist also für mich das ist logisch meine dabei fast jetzt normalerweise ist in fasten so nichts essen und nichts trinken außer wasser oder ungesüßten tee oder sowas für mich im zeitraum intervall fasten lockert das ein kleines bisschen auf das gesagt wird okay für einen bestimmten zeitraum innerhalb eines tages erfassen ist halt mehrere tage hintereinander konsequent intervall fasten ist stundenweise versuchen konsequent zu sein ja meistens so eine 16 16 8 methode das heißt du kannst du kannst hast einen zeitraum von acht stunden innerhalb eines tages in den du essen kannst 16 halt nicht das habe ich so ein bisschen praktiziert und tatsächlich schaffe ich es meistens 20 uhr das letzte mal was zu essen und da ist und wieder 13 14 nur anzufangen ich versuche mit arbeit abzulenken aber auch das passt funktioniert auch nicht immer ja das funktioniert ab und zu mal aber nicht immer und bin ich mobile doch doch auch moment damit ich bin kuhhirte ein thema 90 das gut geraten hand ich gehe oft raus aber wenn mir lange ich das esse ich und das ist nichts es ist für mich sehr schwer das ist halt das problem ja das hat aber jeder in dieser zeit wenn man quasi zu hause gefangen ist dass man einfach aus langeweile ist aus langeweile einkaufen geht ja klar ein bisschen bewegung kann nicht schaden aber das problem hat sich jeder da bist du nicht alleine glaubt mir wie 40 ach ist das süß ach ist das süß das war noch zahlen gewesen hanfa meine fresse mein lieblingsspiel ist ori and the blind forest and ori and the will of the wisps zwei sehr sehr schöne spiele die ich tatsächlich einfach nur empfehlen könnte euch zu kaufen naja kauft ihr euch einfach ihr braucht gar nicht weiter darüber nachgucken einfach einfach kaufen das ist immer gut habe mit heute meinen habe mir heute meinen 10 10 schwarzen randgut ich bin lauf und habe 10 kilo zugenommen naja ist auch nicht verkehrt gerade wenn man dünn ist aber ich würde gerne mal wieder dünn sein also bin jetzt nicht fett muss man jetzt auch nicht ich bin durchschnitt ja jetzt nicht so dass ich mich bewegen möchte oder so oder nicht bewegen kann aber auch wieder ein bisschen schlanker zu sein wenn ich schwer ich faste den ganzen tag das könnte ich zum beispiel nicht gerade nicht wenn ich zu hause bin und einfach super viel langeweile habe abseits vom arbeiten mal pausen machen mal feierabend machen müssen ich hoffe ich bin auch freund auf dem disco viel erfolg viel erfolg wiege 28,2 kilo also wie alt bist du acht oder neun könnte sein ich glaube der fünfjährige wog oh gott habe ich das noch im kopf 17 16 da bist du mit 30 etwa ja ich würde sagen 8 9 10 oder 28 kilo ja voll das liegen gewicht und bin elf jahre ne das dachte du bist eigentlich auf btd gestoßen äh ich habe es damals mal glaube ich angespielt btd5 habe ich angespielt allmight ähm und habe dann einfach angefangen zu spielen ich kann dir ehrlich gesagt den genauen auswärts nicht mehr sagen ob das ein angespielt gewesen ist oder nicht tatsächlich da bin ich da bin ich überfragt überfragt was willst du so platzieren na schauen wir mal was nützliches hoffe ich erstmal werden wir den das u-boot ein bisschen aufrüsten äh du troll du kannst kein level 300 erreichen das gibt es nicht das level gleich mal ein timeout für dein troll also was arbeitest du eigentlich ich hab ich mach was mit computern du bist elf das ist so ein kleines bisschen ähm in der nähe war ich schon das problem ist werden wir jetzt heiß spitze wir haben glaube ich noch nicht genügend um leeds kaputt zu machen wenn wir jetzt mal hier auf auf die heiß spitze pfeile gelingen glaube ich sind wir gar nicht allzu verkehrt auch wenn es mir natürlich weh tut dass ich die 204 nicht skillen kann findest du manche spiele auf steam sind ein bisschen zu toll zum beispiel domino simulator 2.620 kostet 899 naja du musst auch immer verstehen da stecken auch viele viele stunden arbeit drin in dem spiel auch wenn man es meistens nicht glauben kann und meistens auch nicht wahrhaben möchte dass in so einem crap game ich habe jetzt nicht gesagt dass domino simulator ein crap game ist aber andere crap games dass da überhaupt arbeit drin steckt und die wollen natürlich ihr geld wieder haben einige publisher machen es ein bisschen cleverer die sagen okay dann dauert es halt ein halbes jahr bis wir unser geld drin haben andere sagen ja ich will halt in der woche mein geld wieder drin haben und entsprechend so fallen die preise halt immer aus tatsächlich muss ich sagen ja viele spiele sind mir einfach tatsächlich zu teuer die würde ich gar nicht kaufen auch wenn ich das geld hätte ich will sie mir einfach nicht kaufen weil sie mir einfach zu teuer ich habe damals eine call of duty collector edition gesehen für 120 euro oder so da denke ich mir ich würde vielleicht zwölf euro bezahlen für das spiel an sich ja aber das spiel an sich hast du damals auch 60 euro gekostet kostet wahrscheinlich immer noch ich stimme dir zu ich finde einigen spieler tatsächlich zu teuer 11 mit 28,2 kilo kann man dass mich jeder laufen hat weiß ich nicht keine ahnung ich kann es jetzt nicht ganz so abschätzen ich finde jetzt schmal zu sein jetzt nicht ganz so verkehrt man soll jetzt nicht man soll jetzt auf den ritten nicht xylophon spielen können sag ich mal das wäre ganz cool aber jetzt weiß ich nicht nicht unbedingt dick zu sein das ist jetzt auch nicht verkehrt nicht dick zu sein also glaubt mir ihr werdet es auch auf jeden fall noch werden habe ich damals auch nicht glaubt ich war damals auch untergewichtig wurde mir zumindest so gesagt irgendwann kommt die zeit leute an dem ihr zunehmen werdet glaubt mir da ist es dann da sieht man sich dann an die schulzeit zurück und man dann noch wenig gewogen hat man kann euch auch viel dafür tun ist ja klar ich finde den robot skin ist richtig cool ich habe ihn auch gekauft den cyber coolste skin finde ich auch sehr neues warum hast du mit youtube angefangen weil ich lange weile hatte warum reden wir über essen ich kriege hunger ich habe tatsächlich gerade mir ein bisschen zwiebelzwingen reingezogen chips mäßig ein kinderriegel gesunde ernährung sieht anders aus ich weiß das ging aber easy das hätte ich nicht erwartet dass wir das tatsächlich so easy down kriegen also den den moab interessant bei welchem wirst du die meiste aus der meiste spielzeit ich würde sagen league of legends da sind sicherlich paar tausend stunden ich habe ja auch über 3000 dick auf welches die das auf dem kanal theoretisch könnte man sich da anhand dessen schon mal die spielzeit ausrechnen die ich mindestens haben müsste plus die ganzen spiele die ich halt nicht aufgenommen habe ansonsten bt 6 jetzt nicht allzu viel muss man sagen also über 395 stunden plus 150 mobile etwa 550 stunden gerade mal da nur in anführungszeichen tatsächlich würde ich aber sagen an sich league of legends so grundsätzlich das ist der alltag man wird älter man ist immer das gleiche also mengen technisch aber die bewegung wird meist immer weniger beziehungsweise langsamer das stimmt chaos die man gerade von einem bürojob hat ist man leider sehr sehr sitzhaft das merkt man tatsächlich ich glaube seitdem es bei mir in der ausbildung angefangen hat hat es angefangen und wenn man hat viel am rechner macht ist es einfach so man sitzt halt mindestens acht stunden am tag auf arbeit und dann halt noch mal ein paar stunden zu hause am rechner ja das schlägt sich aufs körpergewicht wieder bei mir gab es hat in afrika sie geile sie ich denke die meisten jungs wohl nicht dick werden wir die meisten mit ihrer oberfläche sind damit meine ich aber nicht alle also ganz ehrlich kinder und jugendliche die sind in der regel immer noch so aktiv dass die schwer 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 werden sagen wir es mal so dann liegt es dann so einen anderen veranlagung wahrscheinlich etwas dicker zu werden aber in der regel bewegen sich kinder und jugendliche super viel bei mir gab es in der zeit nicht immer dreimal gegessen habe bei mir gab es die zeiten die ich immer dreimal gegessen habe und trotzdem leichter wurde naja das ist halt der frühkindliche stoffwechsel mit sehr viel bewegung tatsächlich dachte ich behalten auch bis zum lebensende das hat sich leider in luft aufgelöst ich habe so eine frage hier habe ich noch gar nicht gesetzt ich kann sie auch gar nicht setzen ich habe keinen platz mehr dafür ja ich wollte er sich tatsächlich nutzen um für runde 40 für die zeppelin was zu haben aber tatsächlich habe mir so viel der wird das gar nicht brauche magst du spielen ja ich mag fast mittlerweile eigentlich alles was ich essen aber was ist ein essen gibt ich mag sowas wie schrimps nicht ich mag sowas wie garnelen also grundsätzlich so viel spiel ich immer ein bisschen abgeneigt ansonsten bin ich eigentlich mittlerweile fast alles esser geworden hey bilal schau mal ob wir diesen stream nur korps spielen glaubst du dass man das casual play jede map auf schwarzerrand schaffen kann auf gar keinen fall jetzt ich werde es auch nicht schaffen gerade die experten maps außer schwarze bohr finster burg wenn überhaupt auf einem goldenen rand aber selbst den denke ich werde ich nicht schaffen was eigentlich dann hass essen rosenkohl schrimps granelen also das was ich gerade meinte körperlich aktiv im job da kann ich gerne mal vom rechner sitzen ja das kann man natürlich machen jetzt natürlich normalerweise bewege ich mich auch sehr viel auf dem weg zur arbeit damals bin ich halt immer so zu zwölf kilometer um rad zur arbeit gefahren einmal hin einmal zurück sind 24 kilometer am tag das ist schon ganz ordentlich damals im sommer also schon wieder guten treffel jahr aber jetzt wo ich jetzt seit einem monat etwa von zu hause aus arbeite beschränkt sich mein arbeitsweg von meinem bett zu meinem laptop an meinem schreibtisch und das sind naja lass es vielleicht 25 schritte sein normalerweise brauche ich pro weg etwa 3 bis 4000 schritte runter auf 25 macht sich deutlich bemerkbar ich glaube ich bin ein ich als kind gerne rosenkohl ach quatsch dass man als kind mit einer dicken decke trotz heizung schläft deutet einfach auf eine merkwürdige oder nicht ganz ausgereifte durchblutung hin würde ich einfach mal behaupten das erledigt sich über die zeit goldene rand goldene rahmen freunde da sind die ränder erklärt ich mag tomaten ich auch tomaten sind voll lecker dann musst du bitte sechs aufhören wir werden aufhören sobald wir das spiel durch haben und wann wir das spiel durch haben das entscheide ich weiß es gibt keine klare definition dafür heiter ist ein roboter konon was du gerne wenn du frühstückst ich es gerne herzhaft ja ich bin leider auch so einer der ist gerne fettig und fleischig frühmorgens habe ich mir gerne auch mal sondern beim bäcker hol ich mir ab und zu der mais ecke da ist halt ein crispy chicken drin also schön paniert das hähnchenfleisch mit remoulade und rucola ich weiß das hat es ungesund als fuck aber es ist ultra lecker ich kann es nur empfehlen bekamen mal sehr sehr interessante sachen arbeitest du lieber im hau für so eine normale ich würde lieber ins büro fahren und ich hoffe auch wirklich dass sich das in den nächsten paar wochen etwas normalisiert das finde ich sehr sehr gut man kann er sie zumindest mal hier entsetzt damit wir ein bisschen damit machen meine füße und dauerhaft das ist ja wie gesagt durch blutung ich wurde übergewischt weil ich eine ball was ist du wurdest übergewischt hatte er hat man ja alle gewischt weil ich eine bronchitas hatte wo ich sehr viel an würde genommen was ich wurde ein übergewischt ich kann den satz nicht verstehen wenn diese diese konstellation an worten da drin ist hast du einen goldenen rand wie meinst du das dafür müsste ich erstmal alle medaillen haben wenn ich in der maps spiele dann habe ich mir da ihr folglich noch nicht moin simon wurde durch einen kumpel auf bt6 gekommen weil er meinte das sonnenkopf was euch im ist was würde durch das und ich ihm zeigen wollte dass es so viel besseres tritts gibt ja sehr schön sehr schön gut magst den bombenturm er weniger hey bot warum im büro erst mal habe ich bewegung normale standard bewegung finde ich nicht verkehrt zweitens ich habe dort eine kantine das heißt ich muss nicht für mich kochen drittens habe ich meine kollegen um mich rum viertens habe ich dort einfach ein normales arbeitsklima hier habe ich halt arbeit und privat an der gleichen am gleichen ort das ist schon psychisch macht es sicherlich schon was auch wenn ich nicht wirklich die auswirkung davon merken noch nicht zumindest aber wenn du halt privat und arbeit am gleichen ort master dass man sollte schon eine trennung drin haben deswegen möchte ich lieber ins euro fahren einfach die leute sehen ja also ich mag einige meiner kollegen sehr sehr gerne wir umarmen uns herzlich wir machen sehr interessante anspielungen also wir scherzen rum gerade die jüngeren wozu ich mich auch noch zähle da ist das schon mal mal ist das schon mal so gang und gäbe sich dazu umarmen das verfahren mäßig nur besetzt uns ja wir machen quatsch muss sagen wir machen ein bisschen quatsch muss ein bisschen spaß haben das ist wichtig was haben wir eigentlich doppel geht mir einfach die blumen und das fehlt mir hat einfach alles bei mir ist richtig scheiße nicht schlafen gelegen zwei stunden mein bett aber ich kann nicht einschlafen weil es mir zu viel zu heiß ist obwohl ich einen deckel und heizung schlafe wenn es sich stört solltest du es vielleicht von dem arzt abklären lassen das kann es nie verkehrt es ist nie verkehrt sich auch mal hilfe zu suchen wenn es sich wirklich quält wer hat das ich bin 26 wusstest du dass es menschen gibt die vier stunden schlafen müssen es gibt auch menschen die alle sie hat so aber wie heißt es dieses power napping entsprechend gott ich habe das wort vergessen eine kacke aber auch die hat immer nur wenige wenige minuten schlafen und das hat über den tag verteilt hinweg öfters mal also zwölf nicht zwölf ist auch ein bisschen ich glaube sechs sieben acht normal und wieso am tag aber hat immer nur wenigen minuten so einen anderen anderen schlaf rhythmus entsprechend dem man sich aneignen könnte womit du halt sehr viel zeit bekommt neue zeit aber ganz ehrlich ich würde es gar nicht haben wollen ich genieße es schon sehr viel zeit hintereinander schlafen zu können ordentlich träumen zu können das kannst du dann sprechen nicht mehr wenn du nur so kurzzeitig schläfst denke ich zumindest ab morgen wieder schule aha in welchem bundesland lebst du lecrux ist der techniker der beste du meinst dissi du meinst den da den benjamin oder meinst du quincy meinst du ihn er ist ok ist ein schöner basis held ich finde aber tatsächlich benjamin ist der allerbeste held weil er dir einfach sehr viel geld produziert womit du jede runde ziemlich einfach überstehen könnte er wird hat meine frage wenn ich an einem kopfspiel betreten bestehende diesmal in kapitalität wurde festgestellt da musst du darauf achten dass die selbe spiel wäre sondern dass sie man versucht es auf manuell zu updaten wenn das hat über mobile spielst werden meistens die version nicht automatisch geupdatet aber blunts td6 suchen da auf aktualisieren klicken wenn es wenn es was gibt wenn du sie mir so ein hast und automatisch aktualisiert sonst kannst du dann spielen ja derzeit ich meine benjamin benjamin ist der beste jo benjamin ist die ersten für 67 wo ist er denn hier die ersten sechs level ist ja passiv was heißt der produziert nur geld ab der siebten schmeißt er einen trojaner auf die auf die stärkste bluen art war meistens eher ein moab oder keramik und wenn zum beispiel der moab zerstört wird kommen da keine viel keramik raus das ist gerade sehr praktisch für kurze strecken oder schwierigere missionen oder halbes geld zum beispiel halbes geld ist benjamin der doof wurde sieht nicht so viel geld aber alter die blutung zum beispiel dass wir den wer moab halt trojanisiert haben da kam halt keine wehr keramics raus was uns den kopf gekostet hätte also ab sieben ist ja auch aktiv der bringt das schon ziemlich viel und hat schon wie du siehst hier schon 15.500 gold generiert in den 70 runden 15.000 zusätzliches gold das heißt damit kannst du schon mal so einen schönen ak scharnägel magier bauen war der schon ordentlich reinhaut das ist aber damit das nicht passt ja wir haben beide hatten unterschiedlichen rhythmus aber ich nehme auch für dich grundsätzlich auch oben finde ich einen kostengünstigen helden also ich bin sehr gerne oben benjamin oben für er so die kürzere mission und only zauberaffen und halbes geld ansonsten benjamin ansonsten simon mal den support anschreiben vom spiel und was für alle skins nur anders aussehen war der einfach mit der sechs schwer oder warst du direkt drin ich habe bt5 gespielt und dadurch sehr sehr viel vorerfahrung gesammelt deswegen ist bt6 für mich kein kein problem gewesen bt5 reinzukommen du musst halt erstmal alles lernen du musst lernen welche türme gibt es welche skills haben die auf welchem fahrt sind sie am effizientesten so der sehr viel gold der haifisch in rund 40 hat er ins geht noch gar nicht mit blutrojaner in der regel eigentlich schon ja gut vielleicht haben wir vier helden haben das kann vielleicht sein wenn du aber alleine spielst dann hat das definitiv hier teilen wir die erfahrung derzeit durch vier normalerweise wurde er jetzt schon ein viel höheres level auch naja musste zu meiner mutter aufs land und dann fahrrad und mit dem fahrrad 20 jungen fangen geil oder ich muss mittlerweile sagen ich würde ganz gern die landgegend wieder haben wenn es ums fahrrad fahren geht einfach mal ganz entspannt landstraßen lang fanden gut besser zu einer verkackte großstadt wurde alle fünf minuten mit einer verkackten ampel halten muss und dann stelle die frage warum hast du nicht die 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 frage sie vorher gestellt sondern muss das unbedingt den chat damit mit dieser unglaublich peinlichen frage befüllen war das einfach aus logischer sicht nur eine einzige es gibt wirklich nur eine einzige antwort da gibt es auch gar nichts zu diskutieren es gibt nur eine einzige antwort es gibt da nur eine eine einzige wenn man doppeltes geld spielt und ein halbes geld spielt ob das dann wie normal ist es gibt darauf nur eine einzige logische antwort es gibt nichts anderes darauf werden riesen fan wird es freut mich darf man court 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 in den live schreiben macht mal gewoffen disco server wenn du dort jemand findet der schmidt spielen möchte 50 km maler von vorne kommt es nicht total sonst stelle es mich auch nicht das hat mich ja voll nerven mit umdrehen ist ein guter allrounder ich glaube dass den namen verwechselt war wenn dann ist er sie in allrounder wenn er sie die alles kaputt man kann tarniert sie kann später mob sehr gut zerstören und wird es das tote von er sie benutzen in kritischen runden ja kritische runden sind 63 40 wenn da 40 haben wir den skin noch nicht also 63 78 80 dafür würde ich tatsächlich das totem nutzen hier hast du noch mal ein echt schreibt mal auswürzeichen fragen in der chat tag zum beispiel diese runde packen wir das totem ein bisschen mehr schaden zu machen wir haben zwar 10 dem verlassen macht aber nichts dafür machen alle türme jetzt in der reichweite dieses kleines totems mehr schaden höhere geschwindigkeit ich glaube mehr geschoss geschwindigkeit und so weiter müssen wir gucken was es alles macht ein enttarnungsfähigkeit zusätzliche durchschlagskraft angers reichweite anzuschuldigung geschoss geschwindigkeit alles verbessert sich durch das totem was einige sekunden oder sogar eine minute geblieben das war es aber das totem auch bei einem hp benutzen jan genau das gleiche wie er hat die frage vorhin gestellt gehabt wie eichhörnchen beantwortet mir erst einmal die frage selbst bevor ich sie beantworte benutzt man bitte den kopf der ist dafür da nachzudenken und ich glaube du kriegst das hin hast du dich früher gefreut wo du in die schule gehst partiell also teilweise gab es auch noch mal ätzende aids tage aber so alles in allem war die schulzeit als ich noch nichts anderes kannte interessant schöner name danke dir wie alt bist du 26 auch in halbe welt und natürlich in kombination es die benjamin benjamin produziert wieder das leben und es die benutzt das leben um totems zu machen um mehr schaden zu machen es ist eine coole coole kombination also alle zwei runden entsprechend würdest du das leben was das totem kostet wieder durch benjamin zurückbekommen gibst du bei der tausend folge endlich mal geld aus wie meinst du das warum leckst das richtig im koop als koop ist lies die frage hast du dir mit deiner frage selbst beantwortet dieser modus ist einfach nur absoluter kürze wie viel verdient zu wenn ich fragen darf zum leben zu wenig zum sterben zu viel moin oleg hey karin mointe runde 80 ist vier ruck hat das vier ruck wo ist das abendorf ja grundsätzlich immer das abendorf buste dann arfen und das sehr praktisch kannst du ein zauber lösen ich habe einen tatsächlich nehmen ein neben mir liegen wenn der fünfjährige her kommt der griff geht öfters mal in die schublade mit dem zauberwürfel der rubik's cube ich habe tatsächlich auch eine anleitung wie ich den lösen aber ich habe es bisher tatsächlich noch nicht geschafft ich bin noch nicht über die über die ersten ein zwei schritte hinaus wo du ein weißes kreuz bilden sollt und dies und das also schade eigentlich um den wirf weil das echt cool und ich würde es tatsächlich gerne können vielleicht sollte ich das immer mal bei mir haben falls ich mal irgendwo eingesperrt bin falls mich in seiner entführt und mir unbedingt den zauberwürfel lässt und er nicht denkt dass ich daraus eine tödliche waffe basteln ja würde ich ganz gerne mal lernen tatsächlich bin es sehr dumm sollte man von dem youtube eine antwort wollen wenn sie fragen stellen ich dachte achten mal dazu einfach lächerlich so sieht es aus ich stimme dir zu da die thematik hat man letztes mal auch schon gehabt interessante mission auf jeden fall sehr schön wir haben auch nur 33 minuten dafür gebraucht ja